Hallo und herzlich willkommen. Vor einigen Tagen habe ich gehört, um ein Video im Vortragsstil aufzeichnen zu können, brauchst du ein Studio. Bullshit. Was ich für dieses Video, das du jetzt gerade siehst, brauche, ist auf jeden Fall kein Studio. Ganz im Gegenteil, ich habe nur circa 5 Quadratmeter Platz und meine Ausrüstung, die ich immer verwende. Ich habe meinen Computer, meine Webcam, ein Mikrofon und natürlich ein Kabel fürs Mikrofon. Funkstrecke kann ich mir nicht leisten. Ich verwende einen Greenscreen und ich habe zwei Softboxen aufgestellt. Natürlich brauche ich eine Präsentationssoftware und eine Software, um dieses Video aufzuzeichnen. Und das kostet wirklich nicht so viel. Um genau zu sein, habe ich für den Computer damals, als ich ihn gekauft habe, 800 und ein paar zerquetschte Euro gezahlt. Meine Webcam kostete um die 80 Euro, das Mikrofon 50 Euro. Tja, die Kabel, die ich fürs Mikrofon gebraucht habe, kosteten zusammen circa 40 Euro. Und der Greenscreen ebenfalls 40 Euro. Die zwei Softboxen waren mit zweimal 40 Euro, also 80 Euro. Die Präsentationssoftware hängt natürlich davon ab, welche Software du verwendest. Es gibt ja auch gratis Präsentationssoftware. Deshalb habe ich sie mit 0 Euro angeschrieben. Und die Aufzeichnungssoftware, wer meinen Kanal kennt, ich zeichne mit OBS auf und OBS ist kostenlos. Das heißt, der gesamte finanzielle Aufwand für dieses Video zum Beispiel belief sich auf 1090 Euro. Der Zeitaufwand, den ich brauchte, um dieses Video hier vorzubereiten, es ist ja wirklich nicht viel, waren schlappe 15 Minuten. Also du siehst, um ein Video im Vortragsstil aufzuzeichnen, brauchst du nicht wirklich viel Geld und du brauchst keine besondere Ausrüstung. Ich hoffe, dieses kurze Video hat dir geholfen. Wenn ja, lass mir einen Daumen hoch da, abonniere den Kanal, damit du keines der Videos verpasst oder teile das Video mit jemandem, der sich dafür interessieren könnte. Würde mich sehr freuen, wenn ich dich möglichst bald hier auf diesem Kanal wieder begrüßen könnte. Bis dahin, viel Spaß.